Was ist die Arbeitsaufnahme bei der SANA? Wir wollen entsprechend seine Fähigkeiten weiterentwickeln und dabei unterstützen wollen, dass er viele Jahre bei uns im Konzern seine Tätigkeit in der Pflege verrichten kann. Der erste wichtige Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir die Pflege näher an den Vorstand heranbringen. Also 14.000 Mitarbeiter im Pflegedienst von 32.000 Mitarbeitern, die bei der SANA arbeiten. Da ist es auch wichtig, dass wenn strategische Entscheidungen gefällt werden, dass mit dem abgestimmt ist, welchen Blick die Pflege auf diese Entscheidung hat und ob diese Wege auch machbar sind. Und welches, gegebenenfalls welches Stand-by wir dafür organisieren müssen, damit dieses Ziel dann auch erreicht werden kann. Interessant ist, bei so einem großen Konzern mit 50 Kliniken, der über die gesamte Bundesrepublik verteilt ist, dass die Statistiken des Bundeswirtschaftsinstitutes wirklich zugreifen. Also wenn man mal schaut, wir haben einen unterschiedlichen Personal- und Fachkräftemangel in den Regionen. Das wird ganz deutlich. Gerade in den Ballungsgebieten, in denen wir vertreten sind, Frankfurt am Main, also um Hamburg, Pinneberger Kliniken, Nürnberg und München, haben wir große Probleme auf dem freien Arbeitsmarkt, frische Mitarbeiter zu akquirieren. Das sieht in ländlichen Regionen schon noch anders aus. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir haben eine einheitliche Personal-Marketing-Kampagne zum Pflegedienst, aber wir haben aufgedockt spezielle Kampagnen für die Bedarfe in den einzelnen Regionen. Eine moderne, flippige Kampagne, wie beispielsweise in Offenbach, würde niemals funktionieren, entwicklendem Bekauf von einem O-Ton der dortigen Pflegekräfte, also indem wir spezielle Kampagnen beispielsweise fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017